Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibeermann. Heute wieder eine Runde StarCraft 2 gegen 2 gegen dieselben wie beim letzten Video mit dem Rob und Muttibeermann. Oh ja, ist wieder zuvoll. Wir brauchen mehr Mineralien. Ah, an Gruppe! Ich wollte an... nicht an Gruppe. Keine Lust zu jetzt quatschen. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Ja, nicht gut genug. Wir brauchen mehr Mineralien. Ach, ne. Ex schon. Da ist die Ex. Ja, der andere... Da hab ich jetzt mal keinen Zehr. Ach, ne, ja, klar! Zufällig wieder Zehr. Ach, hört doch auf. Da brauche ich auch kein Zufall spielen. Ja... da kommt aber wieder genau der gleiche queser und ich hasse bailing fights schade das lässt sich nicht drauf ein der gute alte cannonrush fake und ich hasse bailing fights er müsste auch linge spielen mit speed mann das ist nicht so toll was linge mit speed spielen naja dann die bailing fights kennst mich und bailing fights ist jetzt durch hier auf jeden Fall der Pool meiner auch wir brauchen mehr Respingas wir brauchen mehr Respinga wir brauchen mehr wir brauchen mehr nein die linge kommen ich bringe mal mit an den ogen krieg mal shit komm wieder mal verlinge da kommen die Zwerlinge bei dir das hat sich nicht gelohnt das nehm ich aber gleich den äh da kommen viele viele linge gleich bis zu sehen das wird ein totaler linge all in wir brauchen mehr Oberloch wir brauchen mehr Oberloch das Urakel hier weggelegt weggelegt dann drauf da oben stehen noch ein paar linge mit bailing mit bailing ja da sind jede menge bailing siehst du ist verbaut egal so viel mehr Gas das muss immer so schwierig werden aber die haben so viele bailing und so viele linge da kommt wenn sie wieder banning ist oben ist doch teuer für die oben ist doch bei mir re39 durch wieder unsere verbindeten befinden sich im kampf Da hab ich noch mal wieder eine Echse genommen. Da hab ich überhaupt gegen Geld ey. Ich hab auch gelohnt gebaut, verdammte Scheiße. Die haben halt schon die dritte, ne? Was ist das Problem? Naja, das ist auch ein normaler Zerg. Ich kann die nicht nehmen. Wenn ich die nehme, würde ich doppelt zürgen. Unsere Streitkräfte wird bedroht. Der Schwammklasse wird angegriffen. Los kommt. Guck mal, gau mal. Bei denen viel Bailing. Da gibt es nur noch Bailing im Ort. Wir brauchen mehr Mineralien. Die wissen Bescheid. Metamorphose abgeschlossen. das ist wie sie eine base abräumen ja die rennen wir doch rundherum naja dann lassen wir die base abräumen unsere verbündeten befinden sich im kampf unsere verbündeten befinden sich im kampf so ich habe einmal echo weggeräumt unsere verbündeten befinden sich im kampf haben sie alles verloren echt hier wird eine echo weggeräumt er wird zwei echo lanes weggeräumt es kommen kurvapöre jetzt vorsicht naja unsere streitkräfte werden angegriffen unsere verbündeten befinden sich im kampf das ist meine main müssen wir kurz hier ausräumen naja die dann hat eigentlich nichts mehr dann müssen wir doch drücken naja ich baue doch schon vielleicht auf archons sobald mein tempelarchiv schief durch ist unsere verbündeten befinden sich im kampf wir müssen auf jeden Fall das gleich los der alien hat sich halt eingebunkert ne naja was mache ich denn holst meine ganzen Oberlords schau mal du das ja lass go machen, wir müssen vor, oder? ja, wir müssen vor wenn man mal reinkommt, wenn man die überall Türmchen haben ja, wir müssen vor, oder? 5.000 Türmchen ich kann nur Gas geben, wenn du Gas brauchst ich brauche Truppen mehr Spannend bis zum Schluss das ist echt spannend grad unsere Verbündeten befinden sich im Kampf unsere Strassen sind halt hart wir brauchen mehr Mineralien noch ein Schuss, noch ein Schuss, dann wären sie weg gewesen na, schade ich hab halt nichts mehr ich hab keine Mineralien das ist nichts wir würden Echo bauen ja, die Hilden nur ne Base anscheinend die wollen nicht aufhören unsere Verbündeten befinden sich im Kampf unsere Verbündeten befinden sich im Kampf wir brauchen mehr Mineralien die Basis unserer Verbündeten wird bedroht wir brauchen mehr Mineralien unsere Verbündeten befinden sich im Kampf wir brauchen mehr Mineralien wir brauchen mehr Mineralien Du wie gesagt, hier hinten hat noch ne Berses ne, komplett aufgebaut ne? Ja, das kann er doch. Hast du Oberminobils ne, wa? Ne, ja doch, hab ich, aber Minobils brauche ich. Ah ne, ich bin nur das Gas brauche ich. Ja, Gas kann ich, ich brauche Minobils ein bisschen. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Gigi. So, lass das raus. Der nächste geht noch nicht. So schätze ich den nämlich ein in Zerk-V. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Er hat noch jede Menge Banling und alles. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Die Banling sind halt echt hot. Wuh, gewonnen, Alter. Was für ein Spiel. Jetzt waren wir... ...good enough. Auf jeden Fall, jetzt hat's gereicht. Ja. Also wir wurden ne bisschen angekotzt haben jetzt. Ja, das war ein schönes Spiel. Also das hat ordentlich... Das war echt lustig, ja. Hart, aber gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, oder? Genau. Nach dem Abo natürlich, ne? Ciao. Immer ein Abo machen. Ciao, ciao. Junge da! Junge da mit nach unten. Junge, runter Ho Untertitelung des ZDF, 2020